Oh, da bin ich doch eindeutig auf den draufgesprungen. Oh, fuck! Aber ich bin eben gerade eindeutig auf den draufgesprungen. Ich bin gerade sehr still. Ich weiß auch nicht, was ich erzählen soll. Außer, dass mich hier der Endboss ein bisschen abfuckt. Das sieht ein bisschen aus, als ob ich einen Gehstock hätte. Entschuldigung. Oh, das war knapp. Da bin ich ganz kurz nochmal aufgestanden irgendwie. So, jetzt wieder die Sequenz. Oh man, ich will ihn jetzt mal besiegen. Ich werde mir auf jeden Fall seinen komischen Feuerscheiß erstmal machen lassen und dann springe ich auf den drauf. Ich lasse mir jetzt Zeit. Ah, das war jetzt... Das hat zu lange gedauert. Ach, Gott, ey. Ja, da... Das hätte ich machen sollen. Oh man, ich hasse das Spiel. Jaaa! Ich habe nur 14 Leben. Das Hühnchen geht wieder ab. Und die Autos gehen wieder ab. Ach, ja, komm. Jetzt will ich denn aber auch mal schaffen hier. Hallo Herr Ritter. Ich versteh auch nicht so ganz, wie der läuft. Also manchmal läuft der ja nur kurz irgendwie, manchmal lang. Man, ich kann das doch hier jetzt. Warum muss ich das jetzt alles hier fünfmal wiederholen? Meine Möhrchen warten auf mich. Die liegen hier so rum. Ich will jetzt ungerne essen. Na, das habe ich doch gar nicht berührt. Ach, Mann, ey. Ich hätte den jetzt bestimmt schon 5000 Mal besiegt, wenn dieses Spiel mal die vernünftige, äh, eine vernünftige Kollisionsabfrage hätte, ey. Oh, 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 oh. Mein Ohr juckt. Der ist überhaupt keine Herausforderung, ey. Null. Der ist überhaupt keine Herausforderung, ey. Null. Ich wollte gerade sagen, ich muss husten, nachdem ich schon gehustet habe. Logik und so. Ich habe das Gefühl, dass mein Onkel hier gleich reinkommt. Oder auch nicht. Ach, ja. Ah, kennt ihr diese, ähm, gefüllten Paprikaglocken oder wie die heißen? Die sind nur ein bisschen scharf und da ist dann so, ähm, Frischkäse drin. Ähm, ich habe mir die mal vom Knöpfen oder so, keine Ahnung, von halt irgendeinem Laden geholt. Ähm, da waren die nicht so geil irgendwie. Und jetzt habe ich mir die mal vom Rewe geholt und die sind so lecker vom Rewe. Also jetzt nicht vom Rewe, ähm, abgepackt, sondern vom Rewe, äh, an der Fleischtheke sind die. Sehr lecker. Ich glaube, ich habe das das erste Mal, ähm, so arg, beim Christoph gegessen. Da gab es dann aber noch, äh, Olivengedöns und so dabei. Aber auf Oliven stehe ich mal so gar nicht. Die schmecken nicht. Also jedenfalls mir nicht. Ja, das war klar. Ja, Mann, ey. Das ist so fucking unfair, ne? Ich krieg das noch hin. Heute sogar noch. Na, da war ich mit dieser dummen Lampe wieder beschäftigt. Mann, ich hasse das. Und wieder von vorne. Also den Checkpoint hätten sie auch woanders hinsetzen können, ey. Ich würde jetzt lieber nochmal den, den Boss vom, also mit dem Geist machen. Der ist mir da lieber. Wie das ist jetzt aufgefallen, dass er seine Ärmchen beim Laufen bewegt. Oh Andere Richtung, dankeschön Na gut, da hätte ich durchklettern können Aber man muss ja nicht übertreiben, ne? Ich hab da bei den Dingern immer so Angst Ey, noch zwölf Leben, ne? Das ist unfassbar So schlecht So, ich geh da jetzt mit Verstand ran Da krieg ich echt zu viel Oh Komm runter Eieieiei Ja, ich weiß Hallo, nimm das Ding Mann, ey, spring doch auf die Kacke Ich schneide das jetzt hier auch nicht raus Ihr könnt jedes Mal schön miterleben, wie ich da hinlaufe DO Ryers Ach, meine Nase juckt mal wieder Ich weiß auch nicht, also heute ist es echt schlimm. Komm schon! Ah! Yo! Mach da mal rum, bitte! Vielleicht noch ein bisschen schneller oder so? Natürlich komme ich da nicht hin. Ah! Natürlich, ey Mann, ich kriege hier echt einen Anfall gleich. Bis zum nächsten Mal.